Die Unternehmen der Jakob Müller Holding AG sind vorwiegend in der Textilindustrie tätig und weltweit führend in der Branche. Sie bieten smarte Lösungen für Textilien, neue Technologien, Prozessengineering und Immobilien. Zur Jakob Müller Holding AG gehören die Jakob Müller AG Frick, Benninger AG, Liss Technology AG, Textrace AG und die Jakob Müller Immobilien AG. Der Hauptsitz der JMH ist in Frick, Kanton Aargau. Hier sind wir lokal verankert und mit unseren Niederlassungen auf der ganzen Welt zu Hause. Aus der langen und erfolgreichen Tradition des Stammhauses in Frick heraus entwickeln wir die Unternehmen weiter. Mit modernen Technologien und Lösungen sind wir nicht nur am Markt mit dabei, sondern gehören weiterhin zu den Besten.